Musik 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 Applaus Applaus Danke, danke, liebe Freunde. Ich darf doch Freunde sagen. Mein Name ist Heino und ich möchte hier in Kempten mein neues Album vorstellen. Ich habe zeitgenössische deutsche Lieder, Songs, sagt man ja jetzt Songs, die habe ich gekovert. Ich bringe einige Cover-Versionen mit. Die erste Cover-Version ist ein Song von einer Gruppe, die heißen Die Ärzte. Das sind zwei hervorragende Doktoren. Ich habe mich von einem untersuchen lassen. Ich musste mich ganz frei machen. Der hat mich von oben bis unten angeschaut und gesagt, oh, schwarz-braun ist die Haselnuss. Hier ist die erste Cover-Version. Junge, warum hast du nichts gelernt? Musik Schau dir den Otto an. Der singt sogar in Kempten. Der zweite Vers ist meinem bayerischen Sportsfreund gewidmet, der gerade schwere Zeiten vor sich hat. Uli, warum hast du nichts gelernt? Musik Schau dir den Otto an. Der zahlt doch seine Steuern. Applaus 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 Vielen Dank.